Willkommen zu meinem Video über mein Jupyter Notebook zu Tuples und Ranges in Python, in Data Science und Artificial Intelligence. Tuples sind Sammlungen von Elementen, die eine bestimmte Reihenfolge haben und die man nicht verändern kann. Die Datentypen, die man speichert, sind egal eigentlich, also da kann ich alles reinschreiben. Ich werde unten kleine Beispiele zeigen, wie man Tuples gut verwenden kann. Range ist ein ganz wichtiger Datentyp, der in Vorschleife intensiv verwendet wird. Eigentlich ist ein Range eine Sequenz von ganz Zahlen. Range 10 bedeutet zum Beispiel, dass ich einfach die Zahlen 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hintereinander in einer Sequenz habe. Schauen wir uns das genauer an. Was Tuple ist, haben wir schon gesagt. Häufig werden Tuple zum Beispiel verwendet, wenn Funktionen mehr als einen Wert zurückgeben müssen. In C-Sharp entspricht das Value-Tuples. Wie lege ich ein Tuple an? Das geht mit runden Klammern. Ich habe hier alle drei Varianten, die es gibt, für ein und dasselbe Beispiel gemacht. Also ich kann runde Klammern, 10, 20 plus True, nimmt vier Elemente, packt sie in ein Ganzes. Interessanterweise kann man in Python die runden Klammern weglassen. Das nennt sich dann Tuple-Packing. Ist eine abgekürzte Version. Ich kann aber auch aus einer Liste heraus, wo diese Elemente 10, 20 plus True drinnen stehen, Liste mit der Klammer, sieht man hier, mit der Tuple-Methode anlegen. Wobei man sagen muss, Tuple-Methode ist gut. Das ist eigentlich wahrscheinlich im Wesentlichen der Konstruktor von der Tuple-Klasse. Und ich sehe, es kommt in allen Fällen das gleiche raus. Wenn mich der Typ interessiert, kann ich mit der Type-Methode mich überprüfen. Das sind alles drei Tuples. Wie greife ich jetzt auf einzelne Elemente zu? Nun, wenn ich auf das erste Element auf den 10er zugreife, kann ich das mit der Ecke Klammer 0 machen. Aufs dritte Element plus eben mit Ecke Klammer 2. Das heißt, Slicing funktioniert wunderbar für Tuplen. Kann man hier auch zeigen. Hier Tuple-Packing. Ich lasse die runden Klammern weg. Das muss man sich ein bisschen gewöhnen. Das ist in anderen Sprachen anders. Wenn ich aufs letzte Element zugreife, geht das mit dem Minus-1-Index. Weil ich kann im Python mit Minus-1 auf 42 mit Minus-2 auf 24 zugreifen. Das geht auch von einer anderen Richtung. Und 2.5 bedeutet, dass ich das dritte bis vorletzte habe. Das ist interessant. Achso, ja. Das ist das dritte. 2. Der Index 2 heißt ab 5. Und dann 2, 3, 4, 5. Das vorletzte ist 24. Kriege ich raus. Wichtig ist ja genau, der 5er ist explizit. Das heißt, ich habe 5, 12, 1. Und der Index 5 wird nicht mehr ausgegeben. Es gibt keinen Schreibzugriff. Da kommt ein Type Error. Wenn ich jetzt das dritte Element auf 100 ändern möchte, kommt ein Type Error. Tupler Object does not support Item Assignment. Das heißt, es ist wirklich eigentlich nur quasi zum Speichern und zum Transportieren von solchen Werten da. Wenn ich jetzt ein Tupler in eine Liste umwandle, kann ich auch, also wenn ich jetzt eine bestimmte Komponente verändern möchte, dann muss ich sie in eine Liste umwandeln. Hoppala, da sind wir. In eine Liste umwandeln. Dann sage ich, das Element mit dem Index 2 muss 100 sein. Und dann wandle ich es mit der Tupl-Methode wieder in einen Tupl zurück. Ranges gibt es im Wesentlichen in drei Ausprägungen. Die sind eigentlich recht leicht verständlich. Wenn man es einmal durchdenkt, Range mit einem einzigen Wert heißt, ich starte immer bei 0 und laufe bis zum Wert minus 1. Also hier habe ich einen Range 8. Da werde ich durchlaufen von 0 bis 7. Hier schon eingesetzt in einer Vorschleife, weil da sieht man es besonders gut. Gut, ich kann den Startwert auch angeben, wenn ich nicht möchte, dass es bei 0 wegläuft, sondern erst bei 5 schreibe ich einfach 5-8 hin und führe das aus. Und wenn ich jetzt die Schrittweite dazugebe, ich beginne hier bei 3, dann laufe ich bis 8 exklusive, also 3 bis 7 und mache immer die Schrittweite 2. 3, 3, 5, 7, passt. Und ich kann das Ganze auch mit hinunterzählen machen. Ich möchte bei 20 beginnen, möchte immer bis 5 laufen, exklusive, aber minus 5 ist meine Schrittweite. Das heißt, der erste Schleifendurchlauf geht auf 20. Minus 5 ist 15, minus 5 ist 10, aber nochmal minus 5 hieße 5. Stopp ist immer exklusive, deswegen wird diese Schleife hier nicht mehr durchlaufen.